Lass mich ja in Ruhe, Pissers. Nix gehört, nix gesehen. Nix gehört. Nix gehört. Этот идиот провел 8 лет в Камбодже И вдруг забыл что-то изможен С legг раками заработает тропическое слое size Давайте берем черную патрульную ферму Мы не Suele, tú как и встает Что-тоощрение Меня к этому не может убить И не сдает Наш гниющий ног стоит, а на другом конце лагеря Ненадлежная ферма Ненадлежная ферма Да из-за таких как он у всех Постоянно какие то неприятности Всегда в отряде оказывается какой Es ist jetzt nichts mit rein, nur so was. Komm ich nicht so lang? Scheiße. 24 Stunden. Ich denke, wir halten uns. Hast du das Gefühl? Ich habe das Gefühl, als ob jemand uns unterstützt und folgt hinter uns. Okay, so sehen wir es jetzt die ganze Zeit. Du wirst dich für irgendwelche Pusten. Eieieieiei. Na ja, bisschen unscharf, aber gut. Schönes Bild. Was wir jetzt machen? Meine Frau hat mir heute Backfische in die Trottose reingeschmissen. Tja, interessiert keiner als der Backfische in der Brottose hatte. Das war knapp. Ein bisschen schneller können wir jetzt ruhig gehen. Eieieieiei. Eieieieiei. So, jetzt wollte ich noch was anderes fragen. Und zwar bin ich jetzt mit der Legende der Wächter durch. Die letzten Folgen sind jetzt am Stüssel. Jetzt ist nur die Frage, was soll jetzt nächstes Let's playen? Ich hätte zwar jetzt noch eins... Heli, im Anflug auf 6.03.1, nicht auffallen. Spiel, was ich noch kein Spiel. Du hast ja ein richtiges Talent, Dias. Beschütze ihn. Ha, ja. Stell dir vor. Ähm... Die Legende der Wächter, wie gesagt, hab ich durch. Ich könnte den Kerl in der Mitte als Köder nehmen. Wie gesagt, ich hab noch ein Spiel, was spielen würde, aber es wäre auch wieder so ein Ballerspiel. Und ich möchte gern was anderes spielen. Und du, wie du denkst? Für volles Leben. Wichtig. Ich sehe ihn nicht. Die Granate in seinem Gürtel ist eine ideale Falle. Scheiße. Fick you all. Fuck it. Und ja, jetzt bin ich halt noch auf der Suche noch ein zweites Spiel. Und weiß jetzt nicht so genau, was man kann. Also ich kann auch Computerspiele nehmen. Das ist also nicht das Problem. Weil ein zweites Spiel muss noch ran. Habt ihr noch ein Spiel, was ihr mal gerne Let's playt haben wollt? Ähm... Oder, äh... Was man Let's playt werden müsste. Weil ihr es selber voll cool findet und so. Ich wette mir mal... Ach ja, komm. Mit dem Samstag. Dann werde ich das auf jeden Fall gerne machen. Ich gucke mir an die... Demo mal anwesend. Demo mal anwesend. Demo mal anwesend. Dann sag ich okay. Ist nicht ganz cool. Aber okay. Ist nicht voll scheiße. Ich werde jetzt auch nichts spielen. Wozu ich halt nicht selber Lust habe. Ist ganz klar. Sonst wäre das auch total sinnlos. Und... Das ist die Speicherplatz verpflichtbar. Aber nicht nur die Scheiße. Ach so. Scheiße. Boah. Ähm... Ich mach mal was nachgucken. Wir müssen eh warten bis die weg sind. Ne. Ich speichere auf E. Das müssen... Ne. Ist eigentlich alles in Ordnung. Ich weiß nicht warum du jetzt sagst du nicht. Speicherplatz. So. Jetzt wollen wir mal ein bisschen beeilen hier. Dann dauert das auch wieder zu lange. Tarnung wird schwierig. Eine schwere MG zählt direkt auf den Haupteingang. Uniform. Kannst du uns feindliche Positionen geben. Over. Update eurer Karte jetzt. Mit noch mehr Glück erwischst du die Wache auf dem Dach auf 1 Uhr. Jetzt sind wir weg. Zwei in Ordnung. In Ordnung. Zwei in Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Da kommen wir uns auf den schnellsten Artenweilen, die wir uns hier zur Verfügung haben. Zack! und dann rumpfen hier wenn wir uns trotzdem ein bisschen mehr in den Dickicht hier aufhalten ich weiß nicht wer mich noch ein Visier haben will irgendwann hat uns noch ein Visier ich muss da echt durchschleichen ich muss da echt durchschleichen ich schließe doch du wirst mir das verarschen so der freie Speicherplatz ist auch nur ganz gering es ist mir bewusst dass der gering ist verdammter Hacker hier das ist schon wieder so ne so ne Applaus habe ich schon wieder ey Mann kann nicht sein jetzt ich kann nicht mehr als mich hinlegen bla 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 guck mich so scheiße und geh weiter ich weiß nicht wie ein Freund das ist das das ist das was mit ihm? wie was das? das ist das verdammt es hat mich schon wieder aber ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht du bist überhaupt in Afrika? nein wir haben uns nicht lange in den Nigerien ja das war eine schöne Krieg eine schöne Krieg so so müsste jetzt eigentlich mal sonst durchlaufen können es ist äh folgesche Sniper Tarnung wird schwierig eine schwere MG zählt direkt auf den Haupteingang Uniform kannst du uns feindliche Positionen geben Over Update eurer Karte jetzt mit noch mehr Glück erwischst du die Wache auf dem Dach auf 1 Uhr und wirst dabei nicht entdeckt das geht am besten wenn er sich in der Nähe der rechten Kante befindet ich erwischt? ok gut er ist tot weiter durch die Lücke auf der linken Seite nutze das Blattwerk um unerkannt zu bleiben dann dagegen dann wirst du es mal ein bisschen Hardcorer machen und einfach alles wegsneiden dann haben sie sich da hinten auch im Visier das ist total unlogisch eigentlich ich verharrt achso Entschuldigung weil es eine Able erfert sie gezient